Während der Pandemie habe ich meinen Traum eigenen Hund erfüllt. Ich war super aufgeregt, aber ich habe bald gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Juka wirkte uninteressiert und reagierte nicht durch meine Rufe. Irgendwann kam der Verdacht, dass sie nichts hört, was die Tiers auch bestätigte. Gegen den Rat von vielen entschied ich mich, sie zu behalten und ich begann unsere eigene Kommunikation aufzubauen. Juka hat viele Zeiten gelernt und dass sie immer wieder Blickkontakt halten soll. Und ich habe gelernt, wie ich sie sanft aufwirken kann. Wörter können nicht beschreiben, wie viel Freude mir Juka gebracht hat. Sie ist bei allen Abenteuern dabei und lebt lautlos ihr bestes Leben.